Hey, yo, Kanake! Yo, Big Down! Alles klar? Yo, warte, erstmal die Kohle. Wie viel willst du? Einen. Hier. Ich muss ihm was erzählen, mein Cousin gestern aus Jordanien. Kanake, kauf deinen Hummus und geh einfach, erzähl mir nicht irgendeine Geschichte. Okay, Mann. Geh einfach, Mann. Immer diese Kunden, die mir was erzählen wollen. Was ist denn das für einer? Ey, Mann, Kanake, hast du Hummus? Was willst du von mir? Kanake, hast du Hummus, Mann, ich brauche Hummus. Hast du Geld? Was? Hast du Geld? Natürlich hab ich Geld, Mann. Hast du mich verarschen, das sind ein paar Cent. Kanake, gib mir Hummus, ich brauche Hummus, Mann. Du hast kein Geld für Hummus, geh weg. Geh mir einfach, geh mir einfach. Gibst du mir noch das Geld, geh mal weg. Du kannst mir auch einen Nacken geben, Mann, geh mir einfach. Einen Nacken? Geh mal weg, du bist verrückt, Mann. Was soll die Käppi hinter, über dieser Kapuze? Ich werde beobachtet von da oben. Du wirst die beobachtet? Von wem denn? Ich werde da oben, von da oben beobachtet, Mann. Was willst du für eine Scheiße? Von wem wirst du denn beobachtet? Man, CIA, NSL, Bundesnachrichtendienst, FBI. Kanake. CSI, Miami, alle gucken jetzt mal. Kanake, von mir kriegst du kein Hummus. Kannake, gib mir was, bitte. Komm mal ab, Kanake. Gib mir einen Nacken, Mann. Geh mir einen Nacken, Mann. Bleib ruhig, Mann. Scheiß Madachara. Verrückter.